Hallo meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Wir haben wieder Post und das Erste, was wir nach einiger Zeit immer mal wieder machen müssen, also jetzt ich, nach ein paar Tagen Aufnahmepause, ist den Briefkasten mit unserem Bankcharakter hier einmal leeren. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind hier einmal losgeworden. Ne, sind wir nicht losgeworden. Das Muster. Der Merlock-Schuppengürtel. Sieht so aus, weil das Muster so aussieht, als ob ich auch Gold bekommen, beziehungsweise Silber bekommen hätte. Also ihr versteht, was ich meine, warum das hier so täuschend aussieht. Also das sind wir nicht losgeworden. Aber den Leinenstoff sind wir losgeworden. Den auch, den auch, sehr schön. Die Ureinwohner-Handschuhe, die Kupferbarren, das leichte Leder, leichter Balk. Und diese Ureinwohner-Rute der Eule sind wir jetzt auch endlich mal losgeworden. Und dann gab es hier nochmal zwei Gegenstände. Wie viel Gold haben wir eigentlich mittlerweile? 10 Gold, 48. Ne, immerhin. Heißt, wir haben schon 1% unseres Epic-Mods. So. Ja, das stelle ich jetzt nochmal rein. Sagen wir mal 4, 5. Geschenkt, Kinder. Geschenkt. Was sind Bronzebarren-Wert? Ah. Nicht so viel. 2 Silber. 20. Machen wir mal 24, 44. Bronzebarren. Äh, Kupferbarren meine ich natürlich. Gibt's hier momentan noch einen Stacks? Ja. Okay. Warum auch immer. Machen wir mal 5. Mal gucken, ob wir einen für 5 Silber loswerden. Das wäre schon, ist schon ein bisschen dreist. Ja, aber gut. Gut. So. Da sind wir. An der Händler-Küste. Und ich wollte jetzt als nächstes... Äh, Raptor? Nein. Silbernein. Auch nicht Raptor. Doch das hier. Äh. Äh, sie durchstreifen den Süden sowie den Norden. Okay. Aber ich wollte jetzt auch noch Flang-Handbuch. Und dafür müssen wir in diese Mine. Die hier ist. Ja, das ist diese Felsaader-Mine. Da waren wir schon. Komischerweise, ähm... Müssen wir da jetzt wieder rein. Wahrscheinlich ist dieser Kern mit dem Handbuch, ähm... noch weiter in der Mine. Kann sogar sein, dass wir den das letzte Mal, als wir da waren, sogar schon erledigt haben. Weil wir den aus Versehen gepullt haben. Aber ich weiß es nicht genau. Da werden wir wohl nur genaueres erfahren, wenn wir vor Ort sind. Und dann behalte ich natürlich auch noch mal den Gruppenchat im Auge. Vielleicht finden wir ja noch mal eine Gruppe für, äh... HDW oder vielleicht für Burg Schattenfang. Das wäre beides, ähm... Interessant für mich. Wunder mich gerade, dass hier links gar keine Mineralien zu finden sind. Also gar keine Kupferminen oder Bronzeminen. Äh, oder, 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 oder... Zinn? Zinn oder Zink? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Zinn, ne? Zinn. Bronze gibt's ja gar nicht. Oh, jetzt wird hier gerade ziemlich viel gesucht. Was war denn DMW? Ich glaube, Düsterbruch, ne? Düsterbruch. Wo wäre es? BRS, ne? Nichts Interessantes. Battle of Darowshire. Ist auch 60, ne? Ja. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir nicht hätten fliegen können. Aber wir hätten höchstens auch OG fliegen können. Von OG dann zur Mine laufen. Ähm... Wäre eventuell ein bisschen kürzer gewesen. Aber auch nicht viel. Weil halt OG nur ungefähr in die Richtung geht. Cloudkeeper. Blackplates. Angerskraft um 100. Scheint mir nicht so schlecht zu sein. Weakly Cleanup. Die Gilde ist mittlerweile... Ja, einigermaßen... Souverän hier. Also wir haben einige Sechziger. Anscheinend wird hier immer aktiv drauf geachtet. Wer hier aktiv ist oder wer nicht. Ja, hier gerade auch, wenn Leute rausgekickt. Schön, dass die nicht so vor sich hin vegetiert. Gildenfliege ist wichtig. Gildenfliege ist wichtig. Rfk. Ja, das ist, äh... Ähm... Kral, glaube ich. Oder Hügel. Weiß es nicht. Das wusste ich noch nie. Ich wusste immer nicht, ob Kral oder Hügel die höherstufige Instanz ist. Das war mir immer irgendwie... Ist mir immer... Ja. Ich konnte mir da keine Brücke... Brücke schlagen. Vor allen Dingen, weil es ja irgendwie inhaltlicher... Es sind ja beides die kleinen Schweinchen, die man da erledigen muss. Die Klingenhauer, glaube ich. Oder wie sie heißen. I don't know. Den wir... Den wir hatten ja schon. Und sie sind auch noch... Die beiden Instanz-Eingänge sind halt auch noch genau gegenüber, ja. Also wenn man hier guckt... Ja, hier die eine, hier die andere. Beides kurz vor 1000 Nadeln. Oh, da ist die Fels-Alarmine wieder. Wir müssen übrigens, um die abzugeben, dann, glaube ich, wieder nach OG. Wie ich sie nicht angreifen muss. Mei, das soll nicht. Ich muss übrigens demnächst unbedingt mal zum Lehrer. Weil mein Pad mit Sicherheit mittlerweile neue Sachen lernen kann. Oh, da blieb es jetzt gerade auch schon wieder stehen, das Pad. True Strike Shoulders Reserved. Klingt, als ob das ein Rogue-Item wäre. Aha. Kale Surprise. Kale Surprise. Oh nein, nimm den, nimm den. Ja, looking for group. WC. Aber ich möchte hier keine Gruppe aufmachen. Ich möchte einer beitreten. Wieso ist der Respawn eigentlich erst jetzt? Ist hier gerade jemand drin gewesen? Ich möchte hier ganz langsam und vorsichtig vorbehalten. Wenn wir gerade, die flüchten auf jeden Fall. Das seht ihr ja. Versucht zu flüchten. Aber sie schreien wenigstens nicht um Hilfe. Flüchten ist mir lieber, als um Hilfe schreien. Obwohl beides unangenehm ist. Sammelflanghandbuchseite. Achso. Wir müssen Seiten sammeln. Okay. Fügt den Einband an fünf Seiten. Ach, RFC. Nee, RFC will ich nicht gehen. Ich muss immer überprüfen, ob es RFC oder RfK ist. RfK, gut. RfK, nicht so gut. Oh oh. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ah, das habe ich mir gedacht. Na, muss ich mir jetzt so besiegen. Oh, ein Graf, ne? Jetzt kann ich nicht mal meinen Pet wiederbeleben. Ah, hier. Mana-Trank. Mana-Trank, er rettet. Er rettet mich. So. Jetzt darf er erst mal fressen hier. Das ist eine gefährliche Stelle hier. Drei Stück auf einmal. Aber er hält gut Akku. Das muss man ihm schon lassen. Junge. Wie lang der frisst. In solchen Situationen bin ich froh darüber, dass der Respawn doch länger dauert. Muss ich euch schon ganz ehrlich sagen. Keine Frage, ich bin mir nicht sicher, ob der nicht auch eventuell flüchtet. Jetzt mal ein bisschen Abseits pullen. Hier hast du wieder die Problematik, dass die Distanz dich als Hunter aufbauen muss, um kämpfen zu können. In diesem Höhlensystem teilweise schwierig ist aufzubauen. Fläschchen Öl. Oh, hier, schau mal an, eine ramponierte Truhe. Welch schöner Anblick. Jetzt ist einmal was Ordentliches drin. Wann die Potenzial ist da, dass was Blaues drin sein kann. Hier war jetzt nicht mal was Grünes drin. Viel dazu hoch gelobt und dann enttäuscht. So wie man es gewohnt ist. Deswegen als eigener Schutzmechanismus einfach von vornherein vom Schlechtesten ausgehen. Pessimisten sind weniger anfällig für Enttäuschung. Wenn man direkt immer mit dem Schlechtesten denkt, vom Schlechtesten ausgeht, dann muss man auch keine Angst haben, dass es noch schlechter kommt. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es besser ist. Und dass es etwas besser ist als erwartet, damit kann man ja immer gut leben. Shit. Ich habe kein Ziel, kann ich nicht wirken. Ich nehme den Slow rein. Guck mal, das hat mir jetzt nicht mal mehr in den Skillpunkt gebracht. Anscheinend doch. Müsste noch Abbau... Müsste eigentlich hier noch Skillpunkte geben können. Viel Platz ist in der Mine nicht. Oh, immer noch nicht. Das nervt immer, wenn man dann versucht, wenn man dann auf Augenmaß versucht, die richtige Distanz zu finden, dann ist es dann doch wieder nicht die richtige Distanz. Ja, den erledige ich jetzt übrigens vorsichtshalber. Ich werde mich hier nachher übrigens safe raus teleportieren. Gar keinen Bock, hier nachher mich nochmal rauszufalten. Ich meine, der Hinweg ist immer schön, aber wenn man dann den gleichen Weg zurückgehen muss und sich wieder freikloppen muss, das ist wie wenn man irgendwie wandert oder so, ja. Rundgang ist immer schöner, als wenn man die eine Strecke hin und dann weiß man auf dem Hinweg schon, die Strecke muss ich auf jeden Fall auch wieder zurücklaufen. Das nimmt einem dann schon beim Hinweg die Freude so ein bisschen. Jedenfalls ist das immer bei mir so. Gut, liebe Leute. Ich mache an dieser Stelle auch einen Cut. Wir hören uns morgen wieder, dann geht es hier weiter in der Felsadamine und mit WoW, Vanilla WoW Klassik. Macht's gut, bis morgen. Ciao, kakao.